Hallo und herzlich willkommen zu meinem 15. Video-Tagebuch hier auf YouTube. Das zweite Video diese Woche. Wie gesagt, am Dienstag war ja das Konzert von Markus Martinus. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Heute geht es auf nach Leipzig zum Frühjahrsfachgespräch der German Unix User Group. Und auch diese Fahrt hier hat sich dem Ende sehr froh der EZE. Gott sei Dank hat die reserviert, aber trotzdem sehr voll. Ich bin recht unangenehm. Ich bin froh, wenn ich jetzt in Leipzig aussteigen kann. Leipzig ist auch ein Kopfwandhof, genauso wie Frankfurt. Meine Damen und Herren, Anteil ist elf. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abwart des Zuges. Und ich gehe jetzt mal ganz nach vorne, suche dann erst mal mein Hotel und gehe dann in die Uni, wo auch die Konferenz stattfinden wird. Vortragen muss ich erst morgen. Kurze Rumsdur, bevor ich das gleich völlig noch nehm. unordnung bringe ein bett der eingang ein kaminfeuer und der arbeitsschreibtisch dazu gehört natürlich auch noch ein badezimmer mit dusche und waschbecken so ein bisschen frisch gemacht und jetzt gehe ich mal rüber in die uni registriere mich und setze mich in den abmittag noch in die vorträge ich muss mir ohnehin jetzt mal überlegen wie ich das schaffe eine technische konferenz interessant zu bloggen anders als beim konzert was jetzt nicht ob eine halbstündige abhandlung über systemd oder triplo oder irgendwelche anderen gegen dinge wirklich interessant sind es auch mein erstes mal von daher muss man schauen wie das klappt und wie sich das dann hinterher auch gut zusammenschneiden lässt im hintergrund ist die weltberühmte nikolaikirche die wir aus filmfunk und fernsehen und noch zu unserer geschichte kennen und vor uns ist der zugang zur universität das mit der richtung das üben wir noch mal ist natürlich genau die entgegengesetzte richtung hier ist die universität freitag morgen ausgeschlafen und in einer halben stunde geht es los vortrag für bare metal provisioning und wird jetzt mal kurz euch den hörsaal und den setup zeigen das setup vorne auf dem tisch ist recht simpel mein laptop dann der monitorscreen für den großen beamer und ein bisschen dunkel aber vielleicht kann man es erkennen das mikrofon ansonsten klassischer hörsaal in treppenbauweise und oben der große eingebaute beamer vortrag vorbei hat gut geklappt bin sehr erleichtert jetzt geht es weiter mit serien und vorträgen zu opensteck die ich natürlich auch alle anhören werde bis heute nachmittag und dann geht es um fünf wieder in den zog nach nach köln und dann durfte ich irgendwie so fünf sechs stunden später auch wieder zu hause sein auf jeden fall bis hier super spannend sehr interessant und ich bin total erleichtert dass der vortrag gut geklappt hat kurzer offenheit im starbucks im leipziger bahnhof und dann geht es gleich ab in den ICE über frankfurt wieder nach köln sobald es geschafft das letzte vierte oder das letzte link vom trip jetzt noch bis köln und dann die straßen mal nach hause und ich glaube dann war es das auch für mich heute Leipzig ist noch ein ganzes stück weiter weg als ich gedacht habe ja schon ein nächster tag gestern abend war ich doch zumüte um noch was aufzunehmen ich wollte mich auf jeden fall sehr bedanken dass ihr euch die zeit genommen habt wenn ihr nach leipzig gefahren seid das war auch ein recht besonderer vortrag für mich weil es das erste mal war dass ich nicht im namen und auftrag meines arbeitgebers unterwegs war sondern auf eigene rechnung sozusagen das hat das ganze noch mal spannend gemacht der vortrag an sich würde ich sagen war gut die veranstaltung war auch toll ich hoffe dass ich wieder eingeladen werde und ja wenn euch das video gefallen hat dann würde ich mich über ein like und ein comment ein like und an zu beschreiben sehr freuen ich freue mich über jeden kommentar und wenn ihr spaß habt auch darüber wenn ihr das video teilt alle links zu meinen sozialen medien findet ihr unten in der beschreibung dort habe ich auch die veranstaltung in leipzig verlinkt dann bleibt mir bisher noch zu sagen noch mal zu sagen vielen dank fürs dabei sein und bis zum nächsten mal ihr müsst ihr euch auf jeden fall 0 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020